Der Hamburger Sportverein empfängt den ersten FC Köln und damit willkommen bei FIFA 15 und Knack und Back. Ganz genau. Nach den ganzen Transfers war der letzte Woche. Ja, das ist immer das geilste. Das erste Spiel nach einem Transfer oder in dem Fall nach drei, vier. Ja gut, mit allein. Mit allein. Stimmt, vier und drei abgängen. Sollen wir noch kurz zusammenfassen? Peschko ist weg, nach Berlin für 2-2. Horn ist weg, nach Leverkusen für 15-5. Uca ist weg, nach Schlacke für 10. Helmets ist weg, nach Italien. Ja, für vier. Und gekommen ist Kreta als Ausleihe ohne Option. Zivkovic von Amsterdam. Ja, als Laie mit Kaufoptionen. Ja, 7 Millionen. 18 Jahre jung. Ja, Tiedemanns. Tiedemanns. Tiedemanns als mittelfristig 11,5. Ja. 17 Jahre. Ein aufregender Mathematiker. Und Diabalaya für 12. Von Palermo. Ja. Einen Knipser vorne, so wie was wir gewünscht haben. Und schnell ist er auch noch. Schnell ist er auch noch. Ja. Also dann, los geht's. Ja, der Tabellenviertel gegen, wo sind wir haben, Uca? Auf einen neuen. Das ist ja unerwärtslich. Oh, mir freut es. Ja. Ich bin auch aufs. Ja. Ich bin auch aufs. Ja. Ich bin auch aufs. Ich bin auch aufs. Da ist auch los. Da ist der Kingsley Air Jupe. Natürlich noch unser Goldstück. Ja dann spielen wir den Blau. 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 Ja dann spielen wir noch viel. Ist der Diaballa... Nee, ist so richtig. Du kennst das... Links. Dann hättest du gerne lieber auf der anderen Seite. Ja. Dann muss ich was nachher nochmal ändern. Wird Osako denn auch schon von Zivkovic weggedrängt? Oder kann Osako hinter der Spitze spielen und Zivkovic vorne drin? Also willst du den Ayuga erstmal drauf machen, oder? Ja, der ist ja richtig schlicht drauf. Der darf sich nochmal bewähren, wenn er reinkommt. Oder bist du andere Meinung? Nee, mach das mal. Zivkovic würde ich auch keinen sehen. Wimmer als Kapitän finde ich total okay. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. So können wir schwingen. Haben wir keinen neuen mehr auf der Wand? Sind alle drin, ne? Väter rechts. Zivkovic, Zivkovic. Standard? Läuft. Nehmen wir das ja raus. Wir haben uns gegen Mainz wirklich gemacht. Oh ja. Guter Schirik. Nicht so wie der... Ich will den Namen nicht mehr. Komm, der geht mir ja jetzt schon auf den Nerven. Tivko gibt es so? Jo!! Euorb... Unser altbekanntes Pressing-System, da ist die Ziffernitzel. Wunderbar. Ist Zielemann schnell? Ach, Osako war nicht der Spitze. Zielemann hat übrigens die Nummer 17 und der ist 17 Jahre alt. Oh, zu late. Kommt auf an. Schau. Der war schon, aber der ist sau schnell, die Yavala. Yavala hat die 10 von Helmets gekriegt. Welche Ehre? Alles hat Dreh in der Kleidung. Ja, aber mit Kopfball haben wir sowieso. Er ist mäßig wenig do. Käter? Käter? Hä, Kessler? Wir sollen wir doch Daniel Wiesenhöhler spielen lassen. Oh ja, der ist echt schnell. Oh, Osako. Vorne haben wir Osako. Wird schwer wie Osako, ne? Wird schwer wie Osako, ne? Also rüber. Der durch über Rüber. Der hat starten gesehen. Ah, Schade! Der hat starten gesehen. Der hat starten gesehen. Wir sind ja Freunde sehr beweglich, ne? Unglaublich bewegt. Ach, der Ziskowitsch ist recht groß eigentlich. Aber auch beweglich. Und Osako noch der Nieder beweglich. Und Tiedemanns mit Abfangen. Oh! Was hat er für den Fuß denn Tiedemanns? Können wir jetzt mal gucken, bei der Ecke kannst du dich. Die Baller schießt? Ja, auch wieder so ziemlich klein, ne? Dann müssen wir aber trotzdem mal gucken, wer da so kopfvoll stärker ist und so was, dass wenn die vorne rein sitzt. Ich Fee, ja, okay. Hatte viele Fehl. Ja. Diese Manns ist Sechstfuß aber auch nicht so verkehrt. Der hat 80.000 Fee. Der ist ja, wie haben wir denn auch für Freistoßen? Ja, nicht so, denn jetzt Nehmann. Äh, Matthias Lehmann. Ihhh! Oh! Das wäre das Einstieg gewesen. Wer war denn? Ach, der Risse. Das wäre ein Einstieg gewesen. Wer war denn? Das wäre ein Einstieg gewesen. Wir haben aus dem Spiel gespielt. Einzel verloren. Ach, in der 90. Minute ganz hoch, weil das nur der Fall ist. Das ist voll, das war kein Fall. Einfach ein doofes Tor. Ja, ich will mal hinlaufen. Weiter hoch. Der sagt auch schnell, ne? Der hat der nicht verholt, der Fee. Ach, der Ball war ja auch. Oh, ne, ne, guck mal. Der ist so dreckig immer. Sauber. Nein. Habe ich auch gedacht, dass er ihn habe. Da verziehen wir uns. Und Vogt hat ihn wieder verloren. Die, der Mann macht gut Druck auf die defensive Mittefeldspieler, auf die Stammkräfte. Ja. Das ist gut. 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 Ach, ne. Das kann ich ja wissen. Ich muss mal aufpassen, wenn er wieder runter wird. Oh, ne. Das war so klar, dass er hochzieht und ich gräts trotzdem rein. Den du recht hast. Ich fände uns jetzt. Ne. Na, aus. Pff! Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ah, nein. Da unten ist noch einer. Ich dachte, du wärst dann... Schön. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich dachte, die unten habe ich gar nicht mehr gesehen, da dachte ich. Oh, hab doch eine schöne Lücke gesehen. Ach, ne schöne Lücke, aber schöner Schuss. Wer ist das? Von hier? Ja, Juru. Ne, ich möchte von hier mit links. Juru mag он. die kommen der darf noch mal die baller ach der nach der sind aus gewesen die dinger von die baller kommen alle an bisher ich bin da ich kann jedoch nicht ich hab's an einem Kater und du hast Ziedemanns, ja die 17 ist Ziedemanns oh Gott kommt viel oh der wird noch weggespitzt der Ziedemanns mach den Punkt so ein Scheiß, meinst du mir in den Fall gelaufen wir haben trotzdem ah da haben wir jetzt irgendwie die Spieler weggenommen Ziedemanns Entschuldigung Mann, ne, 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 ne ne, ja, er muss aber so verteidigen er muss ja raus natürlich, ja nein, da war jetzt Ziefkomming ja, da sollte er ja auch hin Mist, denn dann kommt der unten noch nicht wieder der hat eingepasst Nein nein oh Tidemanns und sich alles, ne, Wahnsinn Tidemanns ja, ist das Mann Tidemanns Tidemanns und Tidemanns Tidemanns und Tidemanns 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 wo er in der Tiedemann und was wir haben die Hacker ist weh wir haben Schöne psychologisch nicht können also sagt man ist ganz klar ist noch der Meisterstitel und die Medizin ich fange schon an Dicke zu stoppen und trotzdem müssen ja ja also ich muss sagen der ist geflüchtet ja und nicht was kann dafür sind da hat die büsche versuche ja als schalke für die ball vor und doch auch für die feiern und wir kommen auf uns nur auf uns noch und von der gewalt auf 50 50 bei besitz als 50 50 in deutschem und schade hier schade dass er den nicht dass er den nicht draufgelegt hat gut gemacht Hektor, schade ja, der hätte stehen müssen ja, einer hätte irgendwo die Baller was war der denn? der Kapitän, der neue Kapitän Kevin boah nein du komm jetzt mal boah ja Thielemanns, der holte ihn wieder weg ja 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 nein ne wieder so ein ne, ist ja schön lebe Wanderfaden, jetzt geht er, wa? ja na komm na komm guck mal genau in dem Moment die Täuschung ja der Thielemanns, ne? aber ich bin der ja ich möchte aber mit Zibala jetzt ist doch durch ach, zu über FB hier vor was? ach, FB ach, FB da das ist schwer jetzt auch für BaFin, ne? ah, der kriegt seine Scheiben ja und der Ju kommt gleich für den ah für den orakulink, ne? ach, sag ich schon, für das passieren, oder? ja, sehr schön klick 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 auch der Tyskowitschwinne ja, wohl nicht mehr nicht viel gemacht hat, ne? ne, aber der ist so agil irgendwie wie damals nicht echt der Acker hat aber auch viel ja, guck der der ist schon an der Ketter muss schon der Ketter habe ich noch nicht wie gesehen ne, Ketter auch aber er ist auch aus Positionen, die sind manche spielen sind die viel gebraucht, ne? und zumal wieder nicht, deswegen ja, Jupp ja, Jupp ja, Jupp hat diese riesen Konkurrenz nicht ne? ist nicht mehr der Jüngste wer? Jupp, und nicht mehr das größte Talent ach, schade ist weg ne, ich glaube der Jüngste ne, Quatsch der Jüngste ist ja auch der Tigermann mit 17 jetzt der Jüngste sein der ja da aber eigentlich das ist ein bisschen flach ich hab doppelt, ne? aber ein Dreifach wäre vielleicht auch nicht wenn es geht aber gar nicht schlecht ich mach den Dreifach schon wir sollen gleich nochmal auswählen bei dem nächsten Wohne Ball, oder? ja, ja, ja den 70. wen willst du denn den reichen? das weiß ich nicht wir haben auch Pokal wir sollten vielleicht auch bisschen schonen mit jedem Mann vielleicht ach, steht aber nur 1-0 da hast du den Kater ah schön ja, stimmt so, du das gerne so, du das gerne tu doch mal den Naga den Naga den Niemann für Tielmann ja, den jungen Mann muss ja nicht direkt 90 Minuten durchspielen, ne? so, den 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 ja, aber schwächer es geht ja hinten um schwächer ja, der eine Punkt ja, ja, komm macht das die Baller darf halt der muss halt spielen ne? das ist unser wichtigster Stimme wow was ist denn? ja ich will kein Spieler Kessler scheiße sehr gut sehr gut Rüste sauber Lema Lehmann immer in der ersten Mann 9 warum hat er mir ausgerechnet die Lehmann wenn das schneller gewesen wäre wäre es echt auch guter Pass gewesen vom Heck wenn das schneller gewesen wäre oder wäre das ein schneller gewesen, oder? Schöner Pass Aaaaaaah, das riecht, ey Warte, ein bisschen das Leben ist schwer Also einer soll schon da hin, ey Aaaaaaah, ich spieg da mal beide Fischer gar nicht Das war lustig Das war lustig Das war echt lustig Unten? Da hab ich Gut, dass ich überlaufen hab Das gibt es doch nicht, schon wieder am Ende, ey Die scheiß Hamburger, ey War doch so doof, ey Überall so ein bisschen Glück dabei gehabt Ja, da war auch ein bisschen Glück, dass du dich nicht gelegt hast Aber vorne Aber vorne, was war das denn? Wo wir uns dagegen gesagt haben, die sich erstmal blockiert haben und dann hast du mich auch noch rum Aber das war die, die Balle, die zuerst gespielt Und dann haben wir die scheiß angebogen Ja, wo die sowas so in Kamerage nie gewonnen sind, ey Ja, nochmal ist nicht vorbei Schön Oh, ich wollte mich reinflanken, weil da einfach kein Das war ein paar Spiele drin Und die Baller Oh, schade oh 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 Kater? Alter! Foul von Van der Vaart! Es gibt doch nicht diese blöden Hamburger! Hä? Abgefiffen! Was ist das denn? Wir sind so blöd! Wir haben das doch eigentlich... Ich habe das Gefühl, wir haben es dominiert. 13-3-2-Kämpfe, Schiff aus Neumär, Schiff aus Neumär. Also wir waren schon wesentlich besser. Bisschen bitter. Wieder gegen Hamburg, so ein spätes Tor. Naja gut, aber ich muss sagen, dass mir die neuen Spieler sehr gut gefallen haben. Lass uns doch mal gucken, wie hier die Spielerbewertung sind. Die Baller, bester Mann. Tidemann 7-4 Tidemann 7-4 Kater 7-0, obwohl er nicht so viel da... Nix gemacht. Was hat er gemacht? Tore hat er nicht gemacht. Tore hat er nicht gemacht. Tidemann hat wieviele Schüsse? Erfolgeliche Pässe. Tidemann 4 von 7. Kater 5 von 5. Töte. 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 Tut. Töte. Sie haben gesagt, die haben wir auf der Holgerstunde führen. zwei schüsse aus tor zwei verraten naja also es wird besser die mussten sich ja auch erst mal finden dann war es schon sehr viele gute szenen und wir verabschieden uns heute noch nicht denn machen wir den letzten tag noch hinterher und dann verabschieden wir uns aber ich glaube wir haben einfach nicht mehr die kohle der neuer nach menschen für 55 martinez geht er das ist ja martinez nach der athletik und dann schon mit der politik und kann davon wenig nach dem vorher gehen aber auch mal die an den hohen geholt dann würden die im besten nicht bestimmt den arsch die münchen dass die mich in horn kommen ja oder haben sie den lehnen nicht im sommer schon im sommer dort deaktiviert ist das stimmt hier da haben die auch nehmen und noch da haben wir auch leben und noch das ist ja 31 ein reis gemacht ja ja acht million plus gemacht so so macht man das ja fragt den herr schmatke nach madrid die gesamtausgaben heute sich erst heute aber es kommt ja auch nicht loris nach turin das ist ja auch fast ist der tevez weg oder nicht? oh kapani nach Chelsea so ich bin hier ich bin hier higuaien nach münchen ich verkaufe einen torhüter und hole mir einen stürmer so macht man das heutzutage die haben noch den starke ja stimmt die haben die starke obwohl ne wie hieß er denn nochmal der ähm pippe 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 reiner stimmt ja pippe aber der leno hat doch jemals vielfältig der stärkere stärke als der horn aber dann haben wir so gegangen ist der horn auch verletzt und gerade der verletzten ja wie ihr gerade seht morgen kann nächstes spiel ist bucker ja ja freut euch drauf ob es wieder so ein kracher wird wegen in düsseldorf ich freue mich ja auf jeden fall ist es für die zuschauer Tochter und fürs Nervenober Ojos auf auf a a a a a a Auf Wiedersehen!